Ja und das ist ein Ergebnis für Kremling Jeuring und seien gespannt, wir notieren uns 5,99 Strafpunkte, davon 2,99 Uhr, das überschreitende Erlaubnis zeigte in 142,98 Sekunden. Und wir kommen zur vorletzten Teilnehmerin hier bei den zwei Spenden-Ponys, wir begrüßen aus der Schweiz Lea Schmidlin mit Cori und Toni. Wir begrüßen aus der Schweiz Lea Schmidlin mit Cori. Wir begrüßen aus der Schweiz Lea Schmidlin mit Cori. Wir begrüßen aus der Schweiz Lea Schmidlin mit Cori. Wir begrüßen aus der Schweiz Lea Schmidlin mit Cori. Wir begrüßen aus der Schweiz Lea Schmidlin mit Cori. Vielen Dank.